Ja, ich komme. Nein, vlogg doch nicht! Vlog! Was? Moin Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einer Wartefolge von Blacklight Debution mit mir, der Showbox und der Satz von Kohler. Moin! Hello, guys! Ähm, Showbox und ich sind jetzt die zweite Runde in Folge in einem Team. Oh ja, Leute, ich weiß nicht, was ich da getan habe. Das muss eingeschrieben werden. Auf jeden Fall sollen wir heute, also wir sind komplett heavy erstmal. 250 HP. Ja, 250 HP, genau. Geht auch. Showbox und ich. Das ist also eine fette Frau jetzt. Ähm, und, ähm, es wurde halt gesagt, nur Shocknates. Genau. Das hat aber irgendwie keinen Sinn, wenn man die halt so, ach so, wenn man die halt komplett nur verwendet, oder? Weil man hat die ja nur einmal, deswegen haben wir das so, dass halt nur, nur das, nur im Gear halt die Shocknates, also keine irgendwie anderen Nates zum Rein-Naten. Genau. Und am Ende werden auch nur die Kills von den Shocknates gezählt. Das heißt, ähm, es ist sowas in Scheißegal und die Shocknate macht auch 300 Schaden. Es ist möglich, wir haben es ausprobiert. Ja, also die killt. Hast du einen? Nein. Ach, nein. Ich bin tot. Aber durch 250 überlebst du halt auch manchmal eine Miene. Jetzt gerade habe ich zum Beispiel keinen überlebt, aber manchmal. Ja, genau. Das, das, das finde ich auch übergeil. Manchmal einfach. Du lebst halt auch so ziemlich lange. Tja, wollte es hier. Oh, nein. Hurensohn. Nichts getroffen. Die springen hier alle runter. Kann die mag mich ganz kurz in Ruhe lassen. Komm, bitte du stirbst jetzt. Jo. Du musst also irgendwie so taktisch denken und dann die Nater hinwerfen. Kann man machen. Ist echt so. Also, ich habe es in der letzten Runde ein bisschen mal kurz probiert und ja, war auch schwer. Ist echt. Also manchmal, entweder du kennst halt, wir hatten von uns King of the Hill, da konnte man die Spots ein bisschen predikten. Oh, das war dann auch. Okay, wenn einer vorstimmt, hast du zum Beispiel null Chance. Guck, guck, guck. Als ob das da niemanden getroffen hat. Jo. So, aua. Nein, das war das. Oh, nein, ich habe noch einen gekillt. Scheiße. Du hast einen gekillt? Aber ohne Schock, Nate. Ohne Schock, Nate. Ist echt so, Alter. Wir haben so viele normale Kills, aber du killst halt nie. So, ich würde jetzt mal runtergehen und mir noch eine kaufen, weil... Also nachkaufen, ne Nate. Also müsste ich ja erstmal runterkommen. Ja. Leben, Mann. Ich habe ein HP. Okay. Äh, okay. So. Da. Zapp, zapp. Ansonsten läuft es ja gerade echt relativ gut. Kann auch sein, dass es nicht so gemeint war, dass wir irgendwie wirklich nur die Nades verwenden sollen, aber... Äh, ja, ich weiß nie. Habe ich jetzt einen? Oh nein, ich habe immer noch keinen gekillt. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Halt, nein, halt. Halt. Halt, nein, ich habe immer selbe Hack. Ähm. Ja, macht das mehr oder weniger? Könnt du uns jetzt hier eine PC-Code schenken, dann kriegt er auch den Hack. Alles, op! Ich habe einen gekillt! Wieder Schock, Nate. Ja, den da oben, oder? Ja, du hast den für mich angehittet. Nice. Hurensohn, Showbox. Ja. Mehr kann ich und will ich dazu jetzt gar nicht sagen. Ne, musst du auch nicht, weil... Mal vornehaten. Ja. Gehittet. Das heißt, da sieht jetzt erst mal nichts aus. Aber... Ist, ähm, schon mal krass, dass ich eins unter dir bin, obwohl du mehr Kills hast. Oh, ich merke es ab. Ja, ansonsten... Ja, das ist ein bisschen... Ist ein bisschen anspruchsvoll, ne? Ich habe ja mal damit gehittet. Da ist ja auch nicht mehr. So, nähen wir nochmal hier rein in den Gang. Ich nähe es nochmal hoch. Oh nein. Ja, einfach mal hoch nähen. Nochmal das Blöde, das Nachkauf. Warum so lange? Mach mal schneller, mach mal. Oh, die kommt sehr gut. Hast du? Gar nichts getroffen. Mitten rein, aber gar nichts getroffen. Lol. Ich will mir noch einen. Alter, oben geht dir die Post ab, Mann. Also, ich habe bis jetzt ein Kill. So, man kann es nur sagen. Cola? Sheesh, das war knapp. Du brauchst jetzt also... Ja, du hältst jetzt deine Schnatze. Ach, komm. Lassen wir es doch. Ein Torrad oben. Das ist 250 Leben. Was willst du? Ja, kann ich trotzdem nicht durchschenken. Ach, als, ob ich ihn auf 12 habe, hey, runter. Der hat 240 Leben. Okay. Wer ich da jetzt treffe? Getroffen, aber nicht gekillt. Nicht gestorben. Nö. Mehr Showbox? Nein. Nicht? Nee. Fuck, jetzt habe ich mich wiederbeleben lassen. Jetzt habe ich keine Grenade mehr hier. Das ist kein Vision. Hey, du kannst auch nichts mehr machen. Du musst halt übelst Lack haben. Eigentlich will. Übelst krass halt vorpredikten, wo die Gegner sind. Hä? Guck. Er ist direkt reingelaufen. Direkt. Lol, oben. Ach so, hi. Er oben sind ja auch. Ich glaube, oben kannst du auch ein bisschen reinladen. Da kannst du das ganz ruhig mal machen. So, ich... Ansonsten... Geh weg. Oh, nein. Ich hole mir jetzt den Camper. Hol ihn dir. Ja, ansonsten ist er einfach ein gutes Gameplay. Ähm, ja. Und ein Sieger natürlich. Bis jetzt bin ich das ja. Wie? Warum bist du das? Hä, weil ich einen Kill habe mit dem Schokolade. Zweiter! Ach so. Äh, oh, oh. Ich habe vorprediktet, hier auf diese beiden, auf diese Doppelkisten. Du bist so ein Hund. Ich kriege keinen. Das ist gar nicht schwer. Du musst einfach mal ein bisschen so in die Gänge reinladen, gucken, dass da welche sind oder so. Du bist immer noch Erster, ne? Also... Oh, habt ihr den Revolver-Hit gesehen? So. Und da kommt der dritte und zwar genau jetzt. Nein, okay. Ach ja, er hockt da. Das war vielleicht auch ein bisschen zu krass, Leute. Ich hätte so geraget. Ich hätte mal sagen, wie viel ihr, wie viel... Oh, loih. Wie viel Schokoladenkills ihr mal hingekommen habt, wenn ihr die Challenge ausprobiert habt. Ich werfe sie hin und erst schon wieder verreckt in der Zeit. Ja. Wollte ich auch so sagen. Ich kille eigentlich... Babis, du Wurensohn! ...eigenkills, Alter. Eigentlich. Ich mag den nicht. Ich hab's noch eingekillt. Um's gerne Linde auszutrücken. Okay, I'm out. Es ist nicht die Wahr... Es ist nicht die Wahrheit. Ich hab noch eingekillt. Ich hab drei Kills jetzt. Und wie denn? Ich tu halt... Weiß nicht. Ich schmeiß jemand die Mitte hin dort vorne, wenn du spornst. Ja, das ist bei uns. Guck, ich schmeiße, guck, ich bin unten jetzt. Ich schmeiße einfach hier rein. Ich hab Blackout zerstört. Nicht mal an Nate, zählt das? Nehmerst du? Neh, zählt? Blackout zerstört. Oh, ich hab die Swarm übrigens aufgefangen. Hundesohn. Ich geh jetzt immer... Ich kaufe mir jetzt 2300 Dingens. Ja, ich hab auch so viel Geld, Alter. Wir müssen hier beinen, Mann. Die Nate. Du musst... Guck, du musst so vorbelegten, wie ich so einfach so rein und dann gucken. Nein, es ist... Ich hab eingekillt. Oh, lecker, der Arsch, Alter. Der Schrei. Alter. Ich hab einfach... Ich hab einfach... Ich hab einfach dem Camper an den Rücken geworfen. Ich mein, zwei Kills brauchst du noch. Ach, Ficken. Einen hab ich, Leute. Also, ich kann mir schon sagen, eine Challenge haben wir bestanden. Weil wir haben eingekillt. Ach, wenn das übel schwierig ist. Ich würde die so nie verwenden. Auch übelst schwer. Ich würde die auch nie so hören. Fuck. Warum kaufe ich mir das jetzt? Oh, mich wurde überholt. Mit meisten Kills aus dem Team bin ich dritter. Wahrscheinlich. Ich konnte mich halt übelst auf die Schokranaten-Kills. Das ist halt... Hab einen getroffen, aber wieder nicht gekillt. Jetzt legt's gerade irgendwie. Was soll los? Komm, Predigte. Fuck. Fuck. Zumal komm, ob ich noch einen hinkrieg? Nö. Du, ein lucky one. Ich bin wenigstens Erster, Leute. Das... Das werde ich immer sein. Ich versuchte jetzt einfach, eine Schneid in die Fresse zu werfen. Ach, Ficken. Ich hab einen noch... Ich hab einen noch eingekillt. Echt? Ach, hier. Aber... Ich hab ihn einfach im Kreis getreten und die haben beim Sterben losgelassen. Ach so, lol, okay. Also, lucky... Lucky gar geht's nicht mehr. Äh... Ja, nice. So, wo sind die Gegners? Okay, nicht hier. Ja, ich komm auch noch mal einer. Moin. Ich werf mal hoch. Ne, oben sind die nicht. Da kommt jetzt nicht raus. Ach so, okay. Fuck. Give me a kill, please. Oh, mein Gott. Dead. Dead Max Using. Dead Max Using. Ich glaub, ich bin qualifiziert für ESL. Ja. Oh, schade. Leu, ich bin nochmal vierter geworden. Ach, so geht auch klar. Okay. Guck mal, und guck mal die KDs von uns an. 17, 16, 17, 17, 16, 17. Oh, ich natürlich als Erster. Ja, ähm, ich hab trotzdem gewonnen. Muss ich sagen. Den Win musst du mir schenken. Das hältst jetzt dein Schnauze. Ich habe eigentlich mehr als du. Ich würde sagen, zwei Kills und drei Kills sind schon ziemlich gut, oder? Also... Ja. Ohne uns selber zu kühlen, also... Zwinker, zwinker. Und ja, dann sehen wir uns gleich in der zweiten Runde. Bis gleich. Bis gerne. So, Leute, sind wir in der zweiten Runde. Moin, moin. Ähm, Captain the Flag auf Metro. Capatara, der Flakala. Jetzt mal... Ich hab die zwei immer noch auf euch. Ich glaub, der ist nicht mehr... Und das muss in die Kalender eingetragen. Ja, dann. Alter, drei... Drei Runden in Folge im gleichen Team. Drei Runden in Folge. Das... Alter, das gibt... Das haben wir noch nie geschafft, nur ohne Witz. Junge. Ich glaub, ich stehe in Stadier alles. Ich... Geh off. Ich geh offline. Was... Welcher Spaß ist denn das? Ich weiß ich. Ähm... Lass mal Wackband reindrücken. Ja, da eine Händeladetistole und killt damit Leute. So wie du gerne. Da, ich weiß, wer dieser... Smiley... Smiley-Typ. Ja. Da. Oh. Wir wollen hier keine Aufsehen erregen, oder so. So, hier. Der wird gekillt. Und der auch noch, wenn der es nicht schafft. Was macht denn ihr hier? Wir wollen hier noch 52 Leben, Leute. Oh, wow. Ja, genau. Das behalte ich bei, weil... Ja, also... Wie 90 Minuten... Als wir die... Äh... 30 Tage war ich schon noch bei. Bullshit ist schon noch bei. Aber Showbox... Oh, mhm... Du bist zweiter. Ich bin erst mal negativ. Negativ. Ich muss erst mal ändern. Ich bin gestorben, ne? Ich hab voll weit die Flagge gebracht. Lüb dich nicht. Du musst auch nicht mich beschützen, oder so. Ne. Ist nicht dein Job, ne? Es zählt nicht zu deinen Qualifikationsbereichen. Drück doch! Loll? Sag, dass da einer steht? Ja, ich hab den... Hahaha. Alter. 250 AP. Ich schieß einfach dahin, muss niemanden Bescheid sag. Also, ob du Bescheid sagst, wenn du den Gegner siehst? Hä, wenn der bei dir ist? Ja. Ja, bestimmt. Junge, hast du nicht gesagt, dass er der Gegner ist? War ja gar nicht bei mir. Mhm. Mhm. Okay, gut, analysiere ich jetzt immer deine Umgebung. So, wir müssen mal ein bisschen Points machen hier. Und der Point. Und der Pointe. Und der Pointe selbst. Lenk halt meinen Nade um. Der hat mich echt mit der Hinterlader... Ne. Ich hätte fast... Wie viel Schaden macht die Explosion von der Hinterladerpistole? Äh, unendlich. Ne, ist wirklich so. Naja. Nein, irgendwas. Ach, keine Ahnung. Ach, Leute, jetzt lasst doch mal das scheiß Spawn bekämpfe. Bin jetzt drittem Mal am Spawn gekillt worden. Also, ne. Scheiße. Scheiße, ich habe nicht. Einfach nur schweig gestorben. Ja, ich muss schon sagen, äh, krasse Spawn-Aiming hier wieder. Unser Team ist auch gerade krass unterwegs. Ne. Was macht denn... Warum mache ich denn gerade Schaden? Mit was mache ich denn Schaden? Mach meinen Toxic-Nade-Schaden. Äh, meine, 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 mein Ding jetzt. Zwei HP, Alter. Womit habe ich denn Schaden gemacht? Erklär mir das mal. Ich habe meinen Scattershot auf der zweiten. Meine Lieblingswaffe? Fuck. Fuck. Okay, Leute. Wenn ich Scattershot habe, wird jetzt... Problematisch. Wir müssen Flacken einnehmen. So, kommt. Oh, nein, Mann. Den habe ich. Niemand kann gegen meine Scattershot antreten. Wir müssen... Was macht denn der große Spiel? Der macht doch... Es sei denn, er wirft einen Tumorhawk. Ja. AK, Showbox. AK wollte ich auch mal wieder spielen. Kannst du mir mal die Vor- und Nachteile von der AKR erläutern? Ja, ich spiele gerade selber, Max. Ah, ich habe... Ich habe einen... Äh, ich habe eine Schock-Granade-Gille. Ja. Ach, Leute. Die Spawns sind doch lächerlich. Ich kill einen. Da sterbe ich, weil hinter mir einer Spawn. Alter, kann man echt mal... Das sind so Tode, die man nicht zum... Spiel so... Zum Skill-Aim-Fähigkeit sonst was dazuzählen darf. Weil man da einfach nicht für... EIN Glück, dass ich den gekillt habe. Ich schwöre, ich hätte geraged. Hast du nicht Tore? Ja. Genau. Easy. Ah, alter... Ey, schöre, der macht mich fast down, obwohl ich heavy bin. Nein. Warum stoppt man ja immer noch, wenn man mitten in der Nade steht? Stopp. Finde ich nicht gut. Was findest du an der AKR gut? Das kann ich... Nee, der Schaden, der Schaden finde ich gut. Unbezahlbar gut. Was ist manchmal da los? Es ist nie wieder meine MPX-Spiel-Netz auf. Der kommt. MPX-Eingespielt. Ja, ich hab's auch wieder die MPX-Macken schnappt. Bin ungepult. Aber wir können gut hier die Flagge hier halten. Oh, Junge frisst doch den Heddy. Leck mich am Arsch. Ein Wieser-Flaggen ein, ne? Nein, die sind schon wieder an der Flagge. Oh, das ist ein Wieser-Flaggen. 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 Komm, wir gehen mal vor. Ja. Genau. Büsst'n du. OP-Stelle Nummer 1 gerade. Äh. Äh. Hallo. Nein. Ach, Mann, fuck. PENRED. PENRED. NOB. Das ganze Noob-Klan hier versammelt. Oh, Junge, ich hab die Flagge gecrabbt. Komm mal schnell. Ja, ich komme. Nein, block doch nicht! BLOCK! Was? Showbox Rage erstmal übel. Mann. Ich hab die Flagge. Die haben drei, was machst du? Wo warst du? Ich? Darf ich erstmal spawnen? Du warst am spawnen? Ja. Ja? Na ja? Darf ich erstmal losrennen? Warum? Ich halt die Flagge. Achso. Achso? Nein, du? Nein, ich muss doch erstmal zu dir hinrennen. Nee, die haben die Flagge uns wieder eingesammelt. So. Upp. Mich doch nicht. Macht's echt auch nicht. Oh, Mann. Ich nenne schon wieder nur unsinnlose Gegner rein. Ach, guck, Mann. Immer dieser Schiss, wo er einen Schuss fährt. Einen Schuss. Die kommen hier übelst lang, Alter. Nö. Nein? Nein! So, wuchs. Oh, ficken! Penred ist irgendwie... Mann! Oh, Meter. Bin ich denn jetzt... Heiß ich denn Peter? Nein. Wo ist der... Ach, als ob, ja! Nein, guck dir das an. Drei Minute, drei Flaggen, das glaubst du doch bei Seligens nicht. Suizid? Zählt das als Kill? Ich hab mich selbst mit meiner Dings gekillt. Shocknade. Was? Ich hab mich selbst mit meiner Shocknade gekillt. Ich hab glaub jetzt so ein Push verholen. Ich hab die Flagge! Lalalalalalalala! Kula, komm jetzt zu mir! Ja. Warte. Nein! Geh doch mal schnell! Geh an der Seite! Warte nicht! Steht einer! Aua! Nee, sterbe! Ich hab... Ich warte auf dich. Ja, nee, lauf! Ja, wie lauf? Tausend Leute hier? Ja, chill, kommt welche! Chill! Hm, hier kommt ein bisschen viele! Kämpft, Trojaner! Trojaner, was? Ja, wieder, go, wieder! Go, wieder! Guck mal mit ins HRV! Ja, mach's nen Kill! Pst! Go! Ja! Noch mehr! Ja, der Fünfte! Mistwarf! Der Fünfte! Nee, geh vor! Da ist Schneider! Da, Schneider, kommt jetzt! Wo ist so gestorben? Die Flagge ist wieder weg. Oh, so viel Emotionen! Mann! Ich hab' ihm Headshot gegeben! Dafür gibt's jetzt nen XD! Wenn er nicht zurückbleibt, ist er egoistisch! Ja! Ja, ich kann unsere Flagge verteidigen! Yes, Sir! Alter, willst du mich verarsch? Guck, wie viele Punkte ich hab! Warum bin ich nicht Zweiter? Ich schwör, Alter! Ey, das ist nicht mehr wahr! Was? Ich bin Erster! Ich bin immer Erster! Was da los? Ja, ich muss sagen, das Game wurde zum Ende hin doch noch ganz schön emotional! Es hat mich gepackt! Quasi! Ja! Ja! Wenn's jetzt auch gepackt hat, Leute, dann lasst doch nen Lektar! Ansonsten in den Kommentar, was wir besser machen könnten oder so! Genau, dann müssen wir es mal! Ciao, ciao! Ciao, Leute! Warte rein! Ciao, Leute! 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 Ciao, Leute!